André Kloppenkämper, er war vor sechs Jahren in Schubs, hat eine Ausbildung gemacht zum Verfahrensmechaniker, ist jetzt dabei, die Meisterprüfung zu machen. Und ja, es ist schön, dass du Zeit hast, ein wenig, ja, heute dabei zu sein. Und einfach mal aus Sicht eines jungen Menschen, der jetzt so sechs Jahre zurückblickt, Schubs ist wahrscheinlich unter ferner Liefen, aber nochmal die Frage, was hat es dir letztendlich gebracht? Ja, vielen Dank erstmal. Ich habe zufällig letztens die Kompetenzanalyse in der Hand gehabt, vom Schubs. Ja, damals habe ich das auch noch nicht ganz so wahrgenommen wie heute. Wenn ich heute jetzt sechs Jahre zurückgucke, fällt einem doch auf, man hat ja vieles gelernt, was wirklich für die zukünftige Berufswert auch wichtig ist. Auch die Kompetenzanalyse, es sind wirklich die Punkte, die einem beigebracht werden. Es geht im gesamten weiteren Berufsleben halt darauf zu, dass diese Punkte immer weiter geschult werden und immer mehr gestärkt werden. Und ich kann das nur positiv zugeben, es war eine super Zeit, gerade jetzt sechs Jahre zurück, man hat viel gelernt. Und auch Jahre später noch denkt man oft zurück, man hat hier so seinen Grundstein gesetzt. Über die lange Zeit hat man viel Grundsachen gelernt. Und es kommt immer wieder, dass man sich sagt, damit bin ich damals bei Schubs angefahren, heute bin ich hier, man sieht so ein bisschen, wie man selber mit sich wächst und wie auch Schubs mit angewachsen ist. Und tatsächlich sechs Jahre zurück, ich würde es wieder machen.